So, diesmal ein bisschen größeres Feld hier, auf den nächsten 800 Meter Lauf. Sieben Läuferinnen an der Zahl und die gehen das Ganze direkt mit einem flotten Tempo an. Eine genau hat bisher die Norm, das ist Sophia Volkmar von der TV-Wetzlar, 2 Minuten 04, 2,6, die ist ja gelaufen. So, nach 300 Meter hier die Führung übernommen, Sophia Volkmar vom TV-Wetzlar. Wie gesagt, sie hat bereits die Norm dieses Jahr, aber auch hier in der Junioren-Gala in Mannheim muss sie sich unter Beweis stellen und das tut sie auch direkt, indem sie die Führung hier übernimmt. Ja, so langsam zieht sich das Feld doch etwas auseinander auf den letzten 200. Jetzt also gleich Endspurt. Hier auf der schnellen heißen Bahn in Mannheim. Geht's jetzt, Sophia Volkmar, TV-Wetzlar, gibt auch noch mal Gas, sie möchte die Führung weiterhin beibehalten. Hinter hier aktuell, das ist Lara Tortell vom TV-Rende und auf Rang 3, momentan vom Team Norwegen, Sanne Jastat. Ja, Sophia Volkmar konnte sich durchsetzen und gewinnt diesen 800 Meter Lauf im inoffiziellen 2 Minuten 07,13. 3, merci beaucoup.